Insgesamt muss man sagen, so ein Spiel, wir teilen uns die Punkte irgendwie, aber Eishockey ist die beste Sportart der Welt. Und wenn man so ein Spiel sieht, wäre jetzt heute mit dem glücklichen Ende für uns. Aber das ist unser Sport und das ist Werbung für den Sport. Und wir können das ganz regional sehen und sagen, die Kölner haben heute ein extra Punkt gewonnen, Düsseldorf hat den verloren. Aber für unseren Sport, für die Region, für Eishockey in Deutschland war das eine Riesenwerbung und ein super Ding. Alle Spiele live, nur bei Magenta Sport.